Der Isabella Kleiderschrank ist in dieser kleinen Tasche komplett verpackt und ich kann ihn so einsetzen, wie ich es gerade brauche. Hier haben wir mal die Variante gezeigt mit den eingesetzten Böden. Sie können aber jederzeit die Böden rausnehmen und können dann die einzelnen Etagen einfach rausknöpfen, indem man hier an der Seite das einfach löst. So, und auch hier. Das heißt also, Sie können einmal es so mit Böden nutzen oder Sie haben hier oben gleich eine Kleiderstange und können noch hängende Kleidung da reinhängen. Beides ist möglich. Der Isabella Kleiderschrank.